Berlin, Tag Nachts Talutz Schweigl, das wird uns alles nicht helfen. Als Papa Joe ist Schweigl immer für andere stark, ist für alle der Felsen in der Brandung. Doch jetzt muss selbst er seinen Sorgen Luft machen und richtet emotionale Worte an seine Fans. Er ist die gute Seele von Berlin, Tag Nacht. Seit Beginn der Show im Jahr 2011 ist Schweigl als Joe Miller Teil der Crew. Steht anderen gerne mit gutem Rat zur Seite. Kein Wunder. Das auch er hat uns zur Unterstützung braucht. Und so wendet er sich in einem emotionalen Statement an seine Fans. Nachdenklich, dieses Statement rittelt Fans auf. Schweigl sei angespannt und ein wenig getrübt, schreibt er, weil sich wieder härtere Zeiten auf uns zukommen sehen. Dabei schaut er nachdenklich in den Himmel. Schweigl ermahnt, wir können uns wieder über alles aufregen und zerfleischen. Über die Politik schimpfen und stark kreischen. Das wird uns aber alles nicht helfen. Für ihn bleibe die Hoffnung, dass eine Zeit kommt, wo alles entspannter ist und besser und schöner und lustiger. Aber bis dahin müssen wir es überstehen. Damit spielt der Mime eindeutig auf die Corona-Pandemie an. Seit Anfang November gilt hierzulande aufgrund der exponentiell steigenden Infektionszahlen der sogenannte Lockdown-Light, der viele Kunstschaffende in eine Existenzkrise treibt. Schon zum zweiten Mal äußert er sich auf Instagram nachdenklich, fast melancholisch. Zuvor hatte er zu einem Bild geschrieben, die Weite des Ozeans macht die Sorgen klein. Hoffen wir, dass sein Lieblingsrück zu Xod auf Rügen-Schweigl zwischendurch auch mal auf andere Gedanken bringen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.